Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 60 Cent, der ganze Markt ist wieder hier im roten Bereich. Wir sind leider ein wenig nach unten gedroppt hier wieder, eigentlich mit allen Coins. XRP hält sich auch noch recht stabil mit 2%, aber allen voran haben wir Coins, die wirklich teilweise bis zu 20% hier im Minus sind, also schon ordentlich rot. Auch hier zum Beispiel Bitcoin Cash ist dabei, PayPal ist dabei und so weiter. Weiter, Bitcoin ist unter die 70.000 gefallen und zwar auch schon stärker, nämlich auf 66.800 und deswegen zieht das wahrscheinlich den ganzen Markt gerade ein wenig mit nach unten. Und dafür schauen wir auch einmal rein, denn der erste Tweet für heute kommt von Chad Steingraber und hier geht es einmal um FATNOW bzw. die Integration mit Uphold und mit Ripple. Denn diese Verbindung, also FATNOW, Uphold und Ripple ist jetzt a. offiziell bestätigt und auch ziemlich offen hier sichtbar. Denn es steht hier tatsächlich, wenn man was abhebt, sozusagen FATNOW Credit, FATNOW Deposit von Uphold. Und auch wenn es gestern Abend gepostet wurde, es ist natürlich kein April-Scherz. Also FATNOW, Ripple und Uphold arbeiten zusammen und haben hier in dem Fall zum Beispiel die Zahlung dann für Uphold ein wenig revolutioniert bzw. geupgradet. Und das Ganze kann man auch nochmal tiefer nachlesen in einem Presse-Statement von Ripple hier, in dem sie sagen, dass sie jetzt mit Uphold eine neue Partnerschaft geknüpft haben. Und in dieser Partnerschaft geht es um das Verbessern der On-Demand-Liquidity. Einfach generell mehr Krypto-Liquidity soll bereitgestellt werden. Und ich denke einfach, gerade solche Partnerschaften mit den Exchanges, mit den Börsen selbst, bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Denn diese Börsen haben meist große Reserve-Mengen an Liquidity, aber wollen natürlich auch immer den besten Preis. Und wollen ja auch mit ihrem Geld eigentlich noch weiter Geld verdienen. Wollen eine gewisse Art von Rendite bzw. Zinsen erwirtschaften. Und in Zukunft könnte ich mir ein System vorstellen, bei dem Ripple einfach die Möglichkeit für Exchanges bietet, dass sie Liquidität bereitstellen an verschiedensten Stellen und dafür halt eben langfristig entlohnt werden. Also einfach seine XRP oder andere Kryptowährungen in einen Pool zu geben als Börse, um dann davon halt eben zu partizipieren, wenn dann andere Leute, andere institutionelle Anleger beispielsweise über Ripple On-Demand-Liquidity nutzen, beziehungsweise heutzutage heißt es ja Ripple Payment. Also ich glaube, dieser Kreis schließt sich da sehr, sehr gut und abholt wahrscheinlich nur eine der ersten Börsen, die in diesen Bereich reingeht. Und wenn andere Börsen sehen, ey, da kann man richtig Geld verdienen, einfach nur durch das Halten der Assets, einfach nur durch das Bereitstellen von Liquidity, ich glaube, da kann das eine ordentliche Win-Win-Situation für alle sein. Und das haben auch schon ein paar Leute hier aus der Community ausprobiert. Wir haben hier einmal eine Mail, und zwar vom Crypto Value Hunter. Er hat hier auch eine Transaktion durchgeführt. Das heißt, in dem Moment musste er seine XRP gar nicht auscashen, sondern er konnte quasi seine XRP, wenn man so möchte, zum Bank Account schicken. Und es wurde einfach umgewandelt und man musste halt eben nicht den Verkaufsprozess durchmachen. Vorher finde ich eine sehr schöne Sache. Und ich glaube, solche Erleichterungen, solche Partnerschaften ermöglichen es einfach anderen Institutionen, auch mehr Kryptowährungen zu nutzen, wenn man nicht überlegen muss, ah, wie kann ich jetzt meine Bitcoin genau am besten, am effizientesten verkaufen, sondern kann es quasi einfach auf mein Bankkonto überweisen und es kommt dann einfach der passende Betrag bei mir an. Dann geht es weiter mit einer Bold Prediction, also ein paar Predictions, was den Preis anbetrifft. Und zwar basierend darauf, was für ein Volumen in Zukunft auf den XRP Ledger kommen könnte. Und in dem Fall spricht man hier zum Beispiel von 50 Milliarden Dollar Transaktionsvolumen. Und das würde einem Preis von 5,38 Dollar entsprechen. Das sehen wir hier einmal von dem Autor Sam Raphael. Und er hat die ganze Mathematik dahinter einmal aufgeschlüsselt. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, je nachdem, wie viele Millionen Milliarden Dollar da am Ende drüber fließen, könnte XRP sogar einen Preis von 771 Dollar erreichen. Also wirklich ein ordentlicher Anstieg in dem Bereich. Das Ganze aber hier erst bei 10 Trillionen, also bei uns dann Billionen Dollar Volumen. Und ja, dann hatten wir natürlich einen extrem hohen Preis. Aber wir erinnern uns alle daran, dass David Schwartz ja auch schon gesagt hat, der Preis von XRP muss quasi hoch sein, damit es effizienter läuft. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass auch Ripple daran ein sehr großes Interesse hat, den Preis von XRP einfach langfristig zu pushen, einfach weil sie davon ja auch extrem profitieren, weil die Kryptowährung dann einfach extrem wertvoller wird. Und stellt euch vor, sie haben aktuell ein paar Milliarden da rumliegen an Geld quasi. Und ja, einfach mal so durch einen Preisanstieg von 10, 20 Prozent machen sie jeden Tag Millionen Dollar an Plus. Also ich glaube, da kann man sich schon selbst ausrechnen, was die Firmen da für einen Anreiz dahinter haben, den XRP-Preis quasi zu pushen oder im Auge zu behalten. Parallel dazu möchte Ripple aber auch den Escrow loswerden. Das sagen sie auch schon seit Anfang an. Und im März haben sie tatsächlich jetzt 350 Millionen XRP auf den Markt neu gebracht. Das Ganze kann man hier anhand des Circulating Supplies einmal ausrechnen, denn beim aktuellen Circulating Supply werden die zukünftigen XRP, die ja aktuell bei Ripple liegen, nicht mit reingerechnet. Also das ist nicht die Umlaufmenge sozusagen. Man kann also somit ziemlich einfach extrahieren und sagen, okay, so viele haben wir aktuell. Und wenn ihr morgen oder zum Beispiel in einem Monat schaut, kann man die Differenz hier nehmen und sich ausrechnen, dass das so viele XRP waren, die Ripple auf den Markt gebracht hat. Für den März waren es dann so mit 350 Millionen XRP. Und ja, der XRP-Supply bewegt sich ja im Milliardenbereich. Also 100 Milliarden gibt es da ja. Das heißt, 350 Millionen XRP ist jetzt auch nicht so die Welt, sage ich mal. Und der Preis ist sogar lustigerweise noch höher als hier bei dem Zeitpunkt, wo es noch weniger XRP waren. Also es hat auch keinen direkten Einfluss, dass jetzt Ripple irgendwie dammt und auf einmal gehen alle Märkte runter, so in dem Bereich. Aber natürlich muss man schon langfristig schauen, wenn wir jetzt nochmal das Doppelte an Supply hätten, also 100 Milliarden, dann wäre der Preis ja logischerweise auch tiefer. Dann geht es weiter von SchlaubiDev. Und hier haben wir einmal den aktuellen Fix für den XRP Ledger Checkout. XRP Ledger Checkout ist ein kleines Plugin, beziehungsweise eine Web-Applikation, mit der man XRP als Zahlungsmittel akzeptieren kann, auf seinem Webshop, auf seiner Online-Seite sozusagen. Und deswegen gibt es da ein paar kluge Köpfe, die das Ganze entwickelt haben und auch updaten. Da gab es jetzt zuletzt einen kleinen Bug, gerade in Bezug auf diese LP-Token. Das wurde jetzt behoben. Also alle Leute, die bereits dieses Checkout-Tool kostenlos nutzen, kann man sich ja mal anschauen, wenn man vielleicht irgendwie einen Web-Store hat, irgendwas online anbieten möchte oder sowas. Dann kann man das mit Sicherheit auch als XRP-Zahlungsmittel anbieten. Von daher sehr schön, was die ganzen Entwickler sich hier wieder ausdenken. Und das ist ja nicht mal jemand von Ripple selbst, sondern das ist ja einfach nur ein Externer, der halt eben einfach Spaß daran hat, solche Anwendungen zu entwickeln. Dann geht es weiter von Smoke. Und hier geht es einmal um die verschiedenen Schichten. Denn ich glaube, die Leute, die im Informatikunterricht ein bisschen aufgepasst haben, die kennen ja noch dieses OSI-Schichten-Modell. Ja, das war immer sehr schön im Unterricht. Naja, zumindest gibt es hier diese verschiedenen Layer, also quasi die Ebenen von Netzwerken. Und wir haben hier unten einmal die Settlement-Infrastructure. Dann haben wir die Messaging-Infrastructure, also das Nachrichtenversenden, das Regelwerk, Governance, also irgendeine Art von Entscheidungsträger quasi. Dann haben wir Liquidity. Und da haben wir da oben drüber die Ripple-API, die das Ganze quasi zusammenfasst. Also all diese Sachen sind da logischerweise mit drunter, weil die Ripple-API die höchste Schicht, sag ich mal, ist. Und diese Ripple-API wird dann halt in den Banken verwendet und kann diese verschiedensten Bereiche hier nutzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Governance in dem Bereich so ultimativ zu tun hat. Klar, es gibt, sag ich mal, so Rechteverwaltung, Management und so weiter. Aber ob das da so ein großes Thema ist, weiß ich nicht genau. Aber ich denke gerade hier Messaging, Settlement-Infrastructure und Liquidity ist das Wichtigste für die Banken, um auch gute Preise machen zu können, um passend sich positionieren zu können. Und deswegen denke ich schon, dass Ripple da mit diesen ganzen Features hier sehr, sehr gut aufgestellt ist. Dann, sehr, sehr lustig, haben wir hier vom Blockbull einmal ein stetig zuspitzendes Dreieck, und zwar ein Descending Triangle. Also hier oben haben wir den höchsten Punkt da gemessen, wo diese Kerze quasi damals angefangen hat und seitdem immer weiter, immer weiter nach unten. In dem Fall hier ist das halt der Bitcoin-XRP-Chart. Und hier geht es tatsächlich immer, immer, immer tiefer rein. Und ich glaube, so spitz war ein Triangle gefühlt noch nie. Also das ist wirklich genau, genau drin. Und somit könnte das jetzt wirklich der Ausbruch dann sein und in Zukunft hier der Anstieg erfolgen. Wichtig, das ist immer nur ein Performance-Tracker von XRP gegenüber Bitcoin. Also nur weil XRP da stark performt, heißt das nicht, dass es dann auch eher quasi gegen den Dollar irgendwie 10x macht oder sowas. Aber Bitcoin kann natürlich noch stärker sinken, XRP stärker steigen und somit hätte man dann hier eine positive Bilanz für XRP. Also das darf man immer nicht vergessen. Man kann ja eigentlich jedes Handelspaar darstellen. Also X zu Y ist ja immer machbar in so einem Chart. Und deswegen sollte man auf jeden Fall schauen, wie so ein Ausbruch hier sich auch auf den XRP-Preis in Dollar auswirken könnte, weil das ist ja der, der am Ende für uns alle relevant ist. Dann geht es weiter vom XRP-Captain. Und zwar hier in Bezug auf XRP-Transaktionen. Denn aktuell werden da einige große Moves gemacht. 100 Millionen XRP, die hier verschoben werden von einer unbekannten Wallet zu einer unbekannten Wallet. Das sind aktuell ungefähr 60 Millionen Dollar, die einfach mal eben so verschoben werden. Und das passiert nicht nur einmal, sondern das passiert häufiger innerhalb der letzten paar Tage und Wochen. Genaue Ursachen sind da noch nicht geklärt. Beziehungsweise da hat sich jetzt noch keine Börse oder sowas zu bekannt zu diesen Transaktionen. Und es ist schon wirklich sehr hilfreich, dass es bei diesen Tracker-Tools, also diesen Wallet-Trackern, immer schon so kleine Labels gibt, welche Wallets eigentlich Börsen gehören und welche nicht. Aber das kann einfach eine Person sein, die über die Jahre einfach 100 Millionen XRP angespart hat, beziehungsweise nachgekauft hat und die jetzt einfach bewegt. Finde ich schon sehr, sehr crazy. Auch 100 Millionen XRP auf einer Wallet zu lassen, finde ich auch ein bisschen crazy. Aber gut, kann ja jeder so machen, wie es ihm gefällt. Dann geht es weiter von VET und er wollte nochmal darauf hinweisen, dass jetzt sehr bald der Automated Market Maker live geht, also wieder mit dem neuen Fix dann am Start ist. Und in der Zwischenzeit, bis das Ganze auf dem XRP Ledger Mainnet jetzt wieder aktiv ist, sollte man sich einmal doch bitte mit den ganzen anderen Features noch vertraut machen. Also einfach einmal auf dem DevNet, beziehungsweise TestNet, komplett ohne Risiko, ohne irgendwas, einfach ein bisschen rumspielen mit den ganzen Coins. Einmal was providen, einmal was wieder abheben, also einzahlen, abheben, ein bisschen tauschen und so weiter. Sich die Gebühren einmal anschauen, was man da an Rendite erwarten kann, blibla blub. Einfach um ein wenig Übungen in dem Bereich zu bekommen, weil es gibt zu viele Leute, die da zu faul sind, das nicht machen und dann am ersten Tag eben wie sagen, oh ja, ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt genau mache. Und ich packe einfach mal meine XRP hier komplett blind rein und auf einmal sind die Coins irgendwie weg oder wertloser oder was auch immer. Und das sollte man natürlich sehr, sehr, sehr stark vermeiden. Von daher, hier geht auf dem Testnetz, spielt da einfach ein bisschen rum, ohne Risiko, komplett. Und dann kann man auch entsprechend beim Launch wirklich die richtigen Schlüsse ziehen, beziehungsweise die richtigen Aktionen dann durchführen. Und apropos Übungen, beziehungsweise Statistiken, haben wir hier nochmal vom XRP Ledger Headquarter ein paar sehr interessante Statistiken zum Bereich XRP Community. Und hier auf der XRP Richlist, beziehungsweise insgesamt überall auf der Webseite, kann man sehr viele verschiedene Statistiken sehen, bei welchem Ledger wir gerade sind, die gesamten XRP, die gesamten XRP, die nicht im Escrow sind, wie viele Wallets wir gerade haben und so weiter. Also man kann sich hier echt einiges durchlesen. Und hier sehen wir dann einmal auch die größten Wallets. Zum Beispiel hier eine Wallet mit 2 Milliarden XRP ist die größte Wallet ever. Und da kann man hier runter bis hin zur tausendsten Stelle oder sowas hier runtergehen oder 900 und so. Und dann mal ein wenig rumschauen da. Genauso wie hier zum Beispiel in Calculator. Finde ich, macht immer Spaß, damit ein bisschen rumzuspielen. Und ihr habt es gerade schon gesehen, es gibt nämlich hier einen historischen Meilenstein beim XRP Ledger, nämlich der 87.000.000 Ledger, der jetzt geschlossen wurde. Und der ist jetzt schon auch wieder ein bisschen überholt. Also wenn man einfach mal schaut, mittlerweile sind wir ja schon bei den 27.000 weiteren hier. Also es geht wirklich sehr, sehr stark weiter. Und was will man auch erwarten, wenn einfach jede 3 bis 4 Sekunden da ein neuer Block dazukommt? Dann geht das auch wirklich sehr, sehr schnell. Und ich glaube, in nicht allzu ferner Zeit sind wir auf jeden Fall bei den 100 Millionen Ledger. Und das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ich glaube, da mache ich auch ein kleines Special dazu und zeige nochmal ein paar Metriken bzw. Statistiken hier auf. Was ich auch ganz interessant finde, ist hier ein Nutzer namens Ray, der berichtet, dass Coinbase ihn aktuell nichts abheben lässt. Also Coinbase bietet aktuell nicht die Möglichkeit, seine XRP auf eine eigene Coldstore Wallet zu transferieren. Man kann also seine XRP da quasi gerade nicht abheben. Und das finde ich wirklich sehr komisch, denn warum sollte man das nicht verfügbar machen? Ja, das wirkt schon wieder so ein bisschen sehr, sehr shady, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher traut keinen Exchanges, geht da den sicheren Weg und habt die XRP und generell alle Kryptowährungen immer bei euch selbst verwaltet. Immer alles abheben. Und er musste zum Beispiel in dem Fall jetzt hier auch die Route über Uphold nehmen. Also wahrscheinlich seine XRP dann quasi an sein Bankkonto schicken, um dann das Geld zu erhalten, die XRP dann woanders zu kaufen, um das Ganze dann wirklich auszahlen zu können. Also ja, crazy, crazy würde ich mir auf jeden Fall nicht geben. Also da immer, immer, immer aufpassen. XRP und alle Kryptowährungen immer nur bei euch selbst. Und apropos Upgrade, wir haben hier einmal von Xahau ein neues Feature und zwar Burn to Mint to Zero. So, denn es wird sehr, sehr bald eine Version geben, dass man keine XRP in Xahau-Token mehr umwandeln kann. Das wird diesen sehr niedrigen Supply an Xahau-Token auch tatsächlich komplett locken. Also da wird es keine weitere Inflation in dem Bereich mehr geben. Und das könnte tatsächlich zu einem gewissen Anstieg im Preis führen. Einfach, weil da sehr viele Leute dann halt eben diesen Low Supply sehen werden und trotz potenzieller steigender Nachfrage das Angebot nicht wachsen kann. Schreibt mir dazu gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal das Xahau-Netzwerk genutzt habt, ob das was für euch ist. Oder ob ihr eher sagt, nee, das interessiert euch jetzt gar nicht so richtig, dann lasst uns darüber gerne mal diskutieren in den Kommentaren. Zumindest ist aber der Xahau-Token-Preis jetzt quasi gelockt. Also in Zukunft wird es dann kein Arbitrage mehr geben im Sinne von ein Xahau-Token zu einem XRP auszunutzen, sondern der Supply ist dann fest. Dann zum Schluss habe ich noch ein paar random Sachen. Einmal von David Schwartz hier, ein Bild, das er postet von einem Bankautomat. Und ihr kennt das ja ganz normal, man steckt seine Karte rein und kann dann hier die verschiedenen Aktionen wählen, also abheben oder seine Balance ansehen. Und hier gibt es auch einen Knopf für quasi schnelles Geld, also einfach 50 Dollar abheben. Und der Witz dahinter ist aber, dass der Automat nur das Vielfache von 20 Dollar Scheinen rausgeben kann. Das heißt also nur 20, 40, 60 und so weiter. Und da 50 ja logischerweise kein Vielfaches von 20 ist, kann der Automat das auch nicht rausgeben. Von daher, ja, da hat man natürlich wieder ganz gut das Feature durchdacht hier. Aber ja, so ist es halt eben. Einige Leute interpretieren da natürlich die 50 Dollar XRP rein. Ist das etwas, was ihr für realistisch haltet? Schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Oder ist das einfach nur ein kleiner Witz von dem guten David hier? Genauso wie er weitermacht und zwar ein Bild postet mit Caution Hot Glass. Also Vorsicht, heißes Glas. Kennt man ja, wenn so einfach Spiegel oder irgendwelche Scheiben einfach sehr heiß werden. Aber der Witz ist natürlich, dass darunter noch hier die Blindenschrift drunter ist. Und ja, wenn es das heiße Glas ist, sollte man natürlich nicht auf die Blindenschrift fassen. Muss ich euch nicht erklären, klaro. Von daher hat David mal wieder ein paar richtig lustige Sachen hier rausgebracht. Aber natürlich haben wir am Ende immer noch einen Fun-Tweet. Und zwar hier vom Maxis Club. Denn die rechts sagt hier, was hat der Arzt dir empfohlen gegen deine Schlaflosigkeit? Und dann sagt er hier, ja, einfach eine Bitcoin-Seedphrase-Backup-Wallet kaufen, die niemals zerstört werden kann. Ja, das hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut, glaube ich. Ich glaube, dann kann man sehr schön schlafen, wenn man weiß, dass seine Kryptowährungen sicher sind. Es gibt viele Anbieter für sowas. Also schaut da mal rein, wenn euch sowas interessiert. Beziehungsweise in den meisten Fällen tut es aber auch das ganz normale Aufschreiben auf Papier. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne einen Kommentar unter dieses Video. Egal, was euch so auf dem Herzen liegt, es pusht alles den Algorithmus. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten sehen wir uns spätestens morgen 18 Uhr wieder. Und bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.